um er hat sich reizat ich mache ich auch nicht auf dem Thema so ein Fall nur ganz gut was ankündigen ja wie ein tägliches Leben hat recht ja wo also das war es jetzt mit der Exkannte haben halt was geredet und so uns hatte sich kein mehr so richtig gebrockt und ja also der Exkannte ist auf jeden Fall dauernd das war es auch erst mal das letzte Video ich muss gucken ob ich noch weitere Videos mache oder nicht halt drauf an ich bock drauf und ja ja gut was soll ich ja ganz gut angekündigt haben um ich bin auch ein Mann Klant Hütter Schäden dann noch ganz gut vorstellen und mit dem machen auf jeden Fall ganz korrekt die Jungs wir wollen auch vielleicht mit den Schäden an fangen wenn ja dann will ich jeden Fall die Meister wieder verlinken und wenn ich noch nicht machen zwar der Fall ja und so hat viel mehr Meistern dann waren wir noch zu drüben und hat auch die Franschel gebraucht und ja uns gründlich hätten wie wir sagen muss meiner Meinung nach und um mit der Wieser Spaß gemacht in den Klammern die Zeit um und ja also ein Fünftchen erst mal wieder aufs Haunde ich halt in Klansuche aber das mache ich nicht mehr weil ich habe die Behandlung von wir werden auch das nicht in das Mitspielen und ja aber das wird dann auch erst mal das letzte Film sein er hat es klaren oder beziehungsweise mit dem Kader um wenn ich noch weiter wie das Wache dann wird er verliehen Jürgen Zellen umbenennen in irgendetwas anderes irgendeinen anderen Namen hier haut rein Leute Schau